Slowakei. Wenn die Zukunft an der Donausee nicht überrascht, könnte es die faszinierende Vergangenheit oder die Gegenwart voller Köstlichkeiten schaffen. Die östlichste gotische Kathedrale, der Orient im Bad und ein Spaziergang durch die Gotik werden sie auch überraschen. Und wenn nicht ein Ufo über der Stadt sie überrascht, dann sicherlich die Tatsache, dass ich es ihnen erzähle. Die Slowakei überrascht.